Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Transimworld 2. Ich frage mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kümmern wir uns um das Kohle-Schlepper-Szenario von der Tee's Valley Line. In der wir einen Lokführer ablösen. Ein Class 37 wartet auf uns am Redcar Mineral Terminal. Und dann laden wir die HEAs und bringen sie zum Rangierbahnhof in Tee's. Das Ganze hier los um 15 Uhr am 6.8.2020, sprich wahrscheinlich kurz vorm Herbst. Ich wusste gar nicht, dass da auch die ganzen... Also das wusste ich nicht. Hätte ich natürlich wissen können, wenn ich darauf geachtet hätte. Aber ich habe nie so wirklich darauf geachtet, dass ich da gesehen habe, okay, hier steht ja tatsächlich sogar das Datum dabei. Das ist ja interessant. Und mir fällt gerade auf, ich sollte... Wenn ich während ich ins Spiel sowieso reinlade, kann ich dann auch mal endlich den Browser schließen, was ich vergessen habe. Belastenderweise habe ich jetzt mir jetzt gar nicht darauf geachtet. Wir kommen im Redcar Eisenherz Terminal. Diese Kohle soll bis zum Rangierbahnhof Tee's befördert werden. Kuppeln sie ab und begeben sie sich nach hinten. Belastenderweise habe ich nicht ganz darauf geachtet mehr... Ah, okay, das ergibt Sinn, dass wir... Oder? Nee, eigentlich nicht. Aber wahrscheinlich sollen wir... Fahren wir jetzt... Engagieren wir quasi auf die andere Seite, um mal weiterzufahren. Ich habe nicht ganz darauf geachtet, wie viele Punkte wir brauchen. Ich meine jetzt mal 5.850 Punkte. Kann mich aber auch täuschen. Dann nehmen wir den Haupt... Dass man den auch so schlecht erwischt. Dann den Generalschlüssel auf ein. Richtungswender auf vorwärts. Dann Zugbremse auf... Lösen. Die Frage ist... Da wollte ich auch nicht drauf drücken. Ich wollte eigentlich das wegmachen. Die Frage ist natürlich... Okay, sollen wir die Leistung erhöhen? Wir fahren ja Kohle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt erst einmal hier steigen auf 5 Meils Power. Da vorne halten, dann zurückfahren. Sprich, wenn wir dann das ganze Rangieren hinter uns haben, werden wir natürlich auch... mit zu Sicherheitssystemen fahren. Sprich mit DSD und mit AWS. Verstand. Also mit der Driver Safety Device und AWS habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, habe ich jetzt vergessen. Ich wusste nachgucken. Ich habe es vergessen, nachzugucken geläuft. Das heißt, wir fahren wie immer wieder mit Sicherheitssystemen, wie wir es halt kennen. Das ist ja easy machbar. Ich bin ja gespannt auf das... auf LGV mit dem Duplex, wie das denn dort ist. Im Red Car Eisen Air Terminal gibt es manuelle Weichen. Überprüfen sie, ob diese nicht eingestellt sind, bevor sie weiterfahren. Ja, es gibt manuelle Weichen. Wir machen das aber trotzdem so. Verdammt, die geht erst mal wieder aufs Neue. Jetzt sollen wir dahinter halten. Dann würde ich ja sagen... Wechseln wir einfach mal. Denn wir müssen ja gleich auch auf der anderen Seite sowieso sitzen. Denn, wenn wir hier gucken, wir fahren ja sowieso hier raus. Also können wir auch schon mal jedes Mal wieder auf den Neue drücken. Auf Escape. Man schlaft es nochmal auf den Neuen. Deswegen, ne? Wir müssen ja hier sowieso in diese Richtung fahren. Dann können wir es auch hier machen. Können wir schon direkt hier bleiben. Dann nehmen wir uns den Schlüssel ein. Klicken wir uns beim Ende auf vorwärts. Bremsen anlegen. Und dann halten wir jetzt hinter den Kohlewagen. Wir sind ja schon das letzte Mal mit der Klaas... mit der Klaas 37-5 gefahren. Ähm... Oh ja, nein, nicht wirklich nichts. Ähm... Das ist schon das letzte Mal. In der letzten Person mit der... der Klaas 37-5 gefahren. Mit der Klaas 37-5 gefahren. Aber es tippt immer irgendetwas anderes ein, als das hier tippt eigentlich. Wait a second. Das heißt... Ach, wir müssen noch das Ganze beladen. Das ergibt dann natürlich... Ne, Moment. Nehmen wir die da hinten mit? Was denn da hinten ist ja eine Lok. Das heißt, wir müssen die wahrscheinlich nochmal beladen. Ah, Automatic Warning System. Darauf hätten wir noch kommen können. Also sprich ich jetzt mit AWS, sprich mit dem Automatic Warning System und wir fahren mit... Der Driver Safety Device, nachdem wir die ganzen... Wagen beladen haben. Und fahren da zurück... zum Thies Valley... Kriegsberg. Ich weiß schon gar nicht, wo wir hinfahren. Es läuft heute wieder komplett rund, ne? Ich merke das schon. Ich merke das schon. Okay, jetzt sind wir hier. Ähm... Das Gute ist, da wir hier sitzen, können wir hier schon die... Driver Safety Device aktivieren. Und können auch AWS hier aktivieren, ohne dass wir jetzt irgendwie hier... mit einem... mit einem Umstandkreis quasi... oder mit einem Führerstandswechselhebel quasi arbeiten müssen. Achja... Ey, schon schön. Ich bin echt gespannt auf die Fahrt mit dem Personenzug, ne? Wenn man da schalten muss, Pipapoda... oder... Also ich sag euch... Pünktlichkeit... äh... wird da ein Fehler am Platz sein. Oder wird man... wird man vermissen. So, dann darf ich jetzt wieder zurückfahren. Machen wir das selbe Spiel nochmal. Generalschlüssel sind Schlüssel wieder aus. Wir wollen ja was sehen, wo wir ankoppeln, ne? Ja... Dann muss schon mal wieder draußen sind, dann können wir auch gleich direkt die Weiche umstellen. Äh... Wobei es ja sowas schon... Ja... Ich kann sagen, wobei es ja sowas schon passt, aber es war ja eigentlich vorher nicht so. Dann können wir gleich nochmal kurz gucken, ob wir hier dann gleich, äh... Lichte noch einschalten können. Wo wir einschalten... Wir können Slow-Speech-Switch... Aber das machen wir dann vielleicht, wenn wir auf der anderen Seite sind. So... Generalschlüssel wieder ein. Richtungswender auf... vorwärts. Zugbremse lösen. Und dann koppeln wir... oder halten vor den Kohlewagen an. Wir warten erstmal, bis sich die... Brake Pressure löst. Beleuchtung... Schreien sich mit der Beleuchtung aus... Hekt... Licht... Sehe ich Seite... A... D... Weil wir nämlich recken sind, dann war das auch wieder verkehrt, ne? Ja... Vielleicht belassen wir es doch einfach dabei. Äh... So... Brake Pressure wurde gelöst... Und dann können wir es auch... So... dem Ganzen wirklich wieder nähern. Und halten vor dem Kohlewagen... eine Koppelze an. Und dann fahren wir die restlichen paar... Sieben Meilen... zum Endpunkt. Stimmt... Da gab es auch einen... In der Class 37... Gab es auch einen... Automatischen Scheibenbüscher. Allerdings ist es nur ein prozentualen. Daraus ist es nicht einfach beide nur einzustellen. Aber so wie es aussieht... Jetzt können wir gleich nochmal erstmal den ganzen Wagen beladen. Dann kommen wir vielleicht gleich mit der... Wenn wir auf der anderen Seite sitzen dann mit einer langsamen Fahrt fahren. Ich weiß gar nicht, ob das 5 Meilen pro Stunde waren. Oder ob das... 3 Meils per Hour waren. Die wir zum Beladen fahren dürfen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir noch beladen müssen. Ich habe ja jetzt ja nicht wirklich nachgeschaut. Ich hätte prinzipiell nochmal in den... Im Escape... Im Escape Menü hätte ich prinzipiell nochmal kurz nachgucken können. Aber... Aber wozu denn sich spoilern lassen? Sollen wir sogar noch vor den Kohlewagen halten? Wir werden da gleich nochmal langsam ran fahren oder wie? Wir werden da gleich nochmal langsam ran fahren oder wie? Das wollen wir hier bestimmt ankuppeln, oder? Kuppeln Sie sich jetzt an dieser Waggons an, fahren Sie bis die Lokomotive, die Waggons berücksichtigt und Sie nach runter und verbinden Sie die Kupplung manuell miteinander. Genauso wie wird die Kohlewagen halt gerade eben abgekoppelt haben. Was ich bekam ja mittlerweile. Das sollte reichen. Das reicht noch nicht ganz. Wahrscheinlich wirklich hier so auf ungefähr zwei, drei Yards ran. Das sollte jetzt noch nicht reichen. Wahrscheinlich nicht. Es war so klar. Ein bisschen weiter ran. Koppeln wir sie mal manuell an. Schade, dass es nicht so umfangreich ist, wie bei der D-Rallye, oh Gott, bei der D-Rallye, die bei der D-Rallye so. Weil prinzipiell wäre es ja möglich. Die Mechanik ist ja im Spiel dabei und so. Genau, jetzt rüsten wir das hier wieder alles ab. Dann rüsten wir raus und dann steigen wir aus und wechseln wir den Führerstand. So, dann natürlich wieder den Hauptschalter ein. Dann die Lokbremse auf 100 Prozent. Okay. Den Rest hier auf volle Leistung. Dann warten wir bis wir da müssen aufgeladen sind. Dann legen wir die Bremse an. Gehen auf nur Motor. Und dann machen wir die Fahrstörung auf eine Meile pro Stunde. Langsamfahrt. Dann lösen wir die Lokbremse wieder. Und dann können wir vorwärts gehen. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen, dass man dann so die Langsamfahrt aktiviert. Bewegen Sie die Wagen unter den Lader, damit sie alle gleichmäßig gefüllt werden. Ja, mit einer Meile dauert das noch ein bisschen, aber dann beladen wir mal die Kohlewagen mit. Kohle, Herz. Dann schauen wir uns vielleicht mal alles von innen so ein bisschen an. Aber bis wir dort sind, dauert es noch ein bisschen. Also ich finde es nice durch Rangierfahrten. Ich denke mal, ich werde jetzt relativ viel, also so ein bisschen Dings aufnehmen. Ein bisschen von der T's Ready Line. Aber ich werde auch wieder ein paar von den alten Strecken wieder so ein bisschen anfangen. Anfang wieder aufzunehmen, sag ich mal. Ich habe es ja eigentlich vor gehabt, das alles im Stream zu machen. Aber ich dachte, wir werden jetzt doch irgendwie, keine Ahnung. Dann machen wir es vielleicht doch lieber einfach so. Dass wir dann auch nochmal hier das Ganze in guter Qualität dann für die Leute, die, keine Ahnung, Transom World nicht gespielt haben, aber Transom World 2 sich geholt haben. Und machen dann quasi dasselbe Spiel wie damals auch. Und ja, und so weiter und so fort. Da haben wir ja sowieso gerade nochmals ein bisschen hier so die langsame Fahrt hier haben. Und wir wollen halt darauf warten, beladen zu werden. Da ist noch einiges rein, der New Rail Freight Wagen. Wäre natürlich auch lustig, wenn man das hier öffnen könnte, ne? Okay, was heißt lustig? Wäre nice, wenn man das so quasi entladen könnte. Also manuell. Das wäre natürlich auch was. Wobei das halt eher dann vielleicht was, nicht für dieses Spiel ist, sondern für ein anderes. Das ist aber gut. Wir hatten uns vielleicht eben einfach uns zu Jensos stellen. Ähm, ja. Aber ich werde es ja auch so machen. Das ist ne Menge Arbeit zwar noch so im Nachhinein, aber ich werde wahrscheinlich nochmal zusätzliche Playlisten erstellen, dass man halt auch so ne allgemeine Trainsome World Playlist hat. Und wie so eine Trainsome World 2 Playlist und eine Trainsome World Playlist hat. Ähm. Wobei ich weiß gar nicht mehr, wie ich es bei Trainsome World gemacht habe. Aber bei Trainsome World 2 habe ich es ja eigentlich, habe ich bisher ja nur Strecken-Playlisten. Und ich werde auch noch was allgemeines haben, wo man quasi alles, wo Trainsome World 2 mit drin ist. Sprich, selbst wenn ne Sonntagsnachfolge rauskommt, dann wird da auch die in Trainsome World, im Trainsome World Ding mit drin sein und so weiter und so fort. Aber einfach, dass jeder, der irgendwie, äh, wenn, wenn jemand von euch halt einfach Trainsome World 2 beispielsweise feiert, äh, dass man halt einfach eine einzelne Playlist hat und sich nicht durch mehrere Playlisten durchklicken muss. Ähm. Das werde ich auch bei eurer Scheiße mal da zwei auch nochmal zusätzlich machen. Also das ist noch ne Menge Arbeit, die ich noch dazu zu tun habe. Aber nicht desto trotz werden wir natürlich neben den ganzen, neben beispielsweise jetzt, wo wir jetzt hier bei der Chase Valley Line sind, wo wir ja noch mit, nach dieser Mission, weitere sechs Missionen haben. Weitere sechs Szenarien werden wir auch uns natürlich um die anderen Schrecken kümmern. Wir werden auch wieder ein bisschen Fahrplanmodus fahren auf anderen Schrecken. Ähm. Und natürlich, wenn dann die LGV-Mediterranée rauskommt, sprich die Marcel-Avignon Strecke mit dem TGV-Duplex, da werden wir natürlich auch, vor allem zeitnah, ähm, ähm, werde ich mich dann damit wieder beschäftigen. Genau wie mit der Hauptstrecke, Moment, ne, was ist die Hauptstrecke? Wie mit München-Ausburg, ähm, ja, ich glaube Hauptstrecke München-Ausburg, ich weiß es nicht mal ganz genau, aber, äh, genau wie dort, ja, Hauptstrecke München-Ausburg, ähm, auch richtig, äh, genau wie dort, werden wir dann halt zeitnah wirklich, so, werde ich dort zeitnah die Sachen halt auch rausbringen. Sprich, ich nehme jetzt quasi mehr oder weniger, äh, im Voraus quasi diese Folge nicht, aber die nachjährigen Folgen, die nachjährigen Train-Service-Videos wären dann quasi fast, äh, äh, später rauskommen. Wobei, ne, die werden später rauskommen, ne, kommt ja am Donnerstag raus, LGV, Mediterrane, ähm, und, ähm, sprich, dann können wir auch am nächsten Samstag dann das erste, äh, so über das Tutorial daraus rausbringen. Oha, das ist nur als OBS gerade richtig abgeschmiert. Zumindest das Interface. Ich sehe jetzt gerade nur noch, dass die Aufnahme läuft, mehr deswegen muss ich also, ich sehe nicht immer, dass die Aufnahme läuft, ich sehe nur, dass das Spiel läuft. Na, das war's wieder. Easy going. Also ja, es wird wieder mehr Content geben zu Train-Service-Videos 2. Und da haben wir nur noch vier Wagen, die beladen werden müssen. Jetzt sind wir noch drei. Aber ich bin da schon sehr gespannt drauf auf die Ammonion-Linie. Allein von der Szenerie wäre es wieder atemberaubend sein. Und da haben wir den letzten Wagen, der beladen wird. Wir fahren trotzdem danach weiter mit dem Langsam-Fahrmodus. Da haben wir uns alle Wagen beladen, bringen sie diesen Zug zum Rangierbahnhof Thies. Wir werden das durchmachen. Oh, Leistungshebel auf. Äh, aus. Dann die Lokbremse wieder auf 100%. Dann machen wir die Langsam-Fahr-Steuerung aus. Lösen wir die Lokbremse. Okay, das muss ich mir merken. Wenn ich mit der Plast 375 in den Langsam-Fahrmodus möchte, muss ich erst die Lokbremse auf 100%, dann den Langsam-Fahrmodus ein und dann ab geht das. Das heißt, wir können jetzt hier uns rüber beugen, ähm, den DSD Trendschalter aktivieren. Und dann müssten wir hier, glaube ich, einfach nur AWS isolieren. Ich habe mich halt wundert, dass... Das Einzige, was... Das Einzige, was mich stört, dass wir in den Einstellungen, ich kann das hier mal kurz zeigen, dass wir in den Steuerungseinstellungen sowohl eigentlich Alarm und DSD auf Zurücksetzen haben, aber... Das wird Alarm slash DSD zurücksetzen, ist auf Vaku. Und AWS ist auch auf Vaku, aber er zeigt nur DSD, äh, AWS wird immer angezeigt hier. Und bei dem, zumindest in Trainsome World 2, äh, Trainsome World, oder Trainsome World 2020, wie auch man es nennen mag, ich glaube, jetzt wo Trainsome World 2 raus ist, macht Trainsome World am wem meisten Sinn. Ähm, oder ist Trainsome World 1 zu nennen. Aber wenn man Trainsome World 2, Trainsome World 2 nennen, kann man auch Trainsome World den Ursprungsteil auch einfach so bezeichnen. So, wir dürfen jetzt 10 km pro Stunde fahren, beziehungsweise 10 miles per hour. Umschleunigen wir mal und fahren über die Anfahrt zum Eisen-Erz-Terminal, Eisen-Erz-Terminal. Ich würde nichts sagen, ich habe das Gefühl... Wenn wir jetzt gleich wieder, wenn gleich wieder der Bremsdruck aufgebaut wird, ne? Okay, wird wieder aufgebaut, geil. Vielleicht doch so und dann nochmal so. Ja. Das heißt, wir müssen immer den Führerstandwechsel-Endhebel aktivieren. Allerdings müssen wir die Automatic Warding System, die Isolation davon nur da unisolieren, wo wir drin sitzen, oder wie? Okay. Learning by doing ist die Devise hier gerade. Aber das scheint mir sogar zumindest der Fall zu sein. Wo wir jetzt hier sowieso wieder so eine entspannte Fahrt haben, schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingsstrecke ist, denn Trainsome World 2. Würde mich mal interessieren. Wir können auch nur mit einfahren. Das passt. Ah, 10% vielleicht doch. Oh, 10% ist schon zu viel. Das ist schon zu viel. 6%. Das würde die 10-Miles-Power nicht ungefähr halten. Ah, kommt hin. Also wie gesagt, ich glaube es waren 5.850 Punkte, die wir brauchen für die Goldmedaille. Das ist ja so das Main-Goal, also mein Hauptaugenmerk bei jeder Route ist prinzipiell erstmal die Szenarien zu fahren. Die Szenarien, sofern es Goldmedaillen gibt, sofern es Medaillen gibt, natürlich möglichst goldene zu bekommen. Und halt ansonsten halt möglichst perfekt heißt, möglichst viele Punkte zu bekommen. Ey, gibt's Sinn? Aber das ist so mein Ziel. Das ist so meine, sag ich mal, Herangehensweise an die neuen Strecken. An Strecken allgemein. Lava macht das dann ja eher so, dass er beispielsweise im Farblau-Modus stimmt oder sich selber jetzt, wie jetzt möglich ist, in Train Sim World 2 sich eigene Szenarien erstellt und so weiter. Und dort seine Kreativität auslebt. Was auch sehr nice ist. Im Farblau-Modus, ach Farblau-Modus sag ich schon, mit dem Szenario-Editor habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt. Das ist ja auch nicht mit dem Livery-Editor oder mit dem Livery-Design-Tool, um mal was zu bezeichnen. Aber ja, mal schauen. Haben wir überhaupt richtig? Kommen wir hier so raus? Hätten wir noch ein Weilchen umstellen müssen? Ne, ja, passt. Vielleicht, warum haben wir? Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn Stück, okay. Ich hab wieder auf Escape gedrückt. Warum bin ich einfach, warum bruch ich eigentlich jedes Mal auf Escape? Eigentlich müssen wir, weil wir gestern schon wieder so ein bisschen den Güterzug fahren, ne? Eigentlich muss ich auch mal wieder, muss ich mich auch wieder an Sandpitch, äh Sandpitch grade wieder ran machen, ne? Also, die ordentlich langen Güterzüge fahren mit, mit vier Logs vorne, mit DPU und so weiter. Das wäre natürlich auch schon ein nice Ding. Aber das Gute ist jetzt, jetzt haben wir die zweite Schrecke, äh, das zweite Szenario, die wir auch mit der Class 37, wobei wir so erfahren sind. Aber jetzt kommt mir mittlerweile auch wirklich klar, wie ich die Zugssysteme jetzt aktivieren muss, zumindest in der Class 37, ähm, was sehr gut ist, ähm, ähm, ja. Ja, wohl bemerkt und die beiden, die beiden Aufnahmesession zwischen den beiden Folgen, das sind jetzt auch schon deutlich länger her. Ist schon eure Zeit vergangen. Zwei, drei Wochen oder so. Na, es hat schon was. Und das Coole ist, hinten ist tatsächlich so, doch so ein Ding dran, was wahrscheinlich auch flinken könnte. Also, wie es auch halt in Amerika auch ist, bei den Güterzügen. Ähm, und auch, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so ist, aber, soweit ich mich erinnere, ist das in, in, ich weiß nicht mehr, in welchem Oststaat das ist, aber nein, in den Oststaaten kommt das auch vor. Aber das halt hinten an dem letzten Waggon, Computerwaggon, dann, äh, dort quasi so ein Rücklicht angebracht ist. Was halt ab und an blinkt. Sollen wir in 4,3 Meilen über die Cargo-Fleet fahren, obwohl dann quasi das Cargo-Terminal ist? Schätze ich mal. Wir müssen jetzt nochmal auf das grüne Licht warten. So ein Signal. Worauf warten wir? Wir warten wahrscheinlich darauf, dass... Ah ne, Moment, das... Doch, wir warten auf den, den Personenzug hier. Ist ja das, oh Gott, dass der quasi die Bahn freigibt. Die Strecke. Oh, wir... Grünes Licht. Warum... Ähm... Was ich mich jetzt einfach mal gerade frage, warum wird nicht angezeigt, dass wir hier... Wobei, es wurde gerade eben angezeigt. Das, äh, wenn... Ja, jetzt wird es sich angezeigt, weil wir wieder fahren. Alles klar, gut zu wissen. Wir haben uns die Wagen, glaube ich, nicht ganz gelöst. Was heißt Glaube? Sehen wir ja, dass sie nicht ganz gelöst sind. Lassen wir sich nochmal ein bisschen lösen. Die beiden sind scheinbar doch ganz gut gelöst. Na, wir warten nochmal ein bisschen, dass wir das auch nochmal richtig lösen. Bis der Bremsdick ein bisschen mehr löst. Soweit es halt geht. Bis der Bremsdick ein bisschen mehr löst. Soweit es halt geht. Bis zum Tempo verlieren. Wunderbar. Dann können wir ja... Abfahrt Richtung Betriebsbahnhof. Oder war das Betriebsbahnhof? Ich glaube, es stand das Betriebsbahnhof. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf alle Fälle fahren wir jetzt nach Thies. Zum Betriebsbahnhof von Thies. Aber erstmal fahren wir über die Cargofleet. Für mich hört sich Cargofleet halt nach Container-Terminal an. Aber ich kann mich auch täuschen. Also das ist natürlich klar. In 200 Yards dürfen wir auch wieder die Geschwindigkeit erhöhen. auf 40 Meils per Auer. Ist aber schon... Ich weiß gar nicht. Die Schrecke ist glaube ich etwas kürzer. Diese hier. Ich glaube nicht allzu viele Meilen. Weil wenn man es umrechnet auf Kilometer, das ist natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Aber bei 65 Kilometer kann es doch sein, ne? Neue Schrecke... Die LGV-Mediterranée wird ja... 93 ganze Kilometer lang sein. Ich weiß nicht, ob das die längste Schrecke mit dabei, dem wir sprechen, da schon ist. Weil ich glaube nicht. Ich glaube 93 oder 90er Y-Karten, da sind wir glaube ich auch schon bei... Augsburg war das ja. Augsburg war das ja. Ich weiß es nicht. Aber wir hatten... Waren auch schon im 90er war ich glaube ich. Aber ich bin sehr gespannt. Allein von der Szenarie wird das... grandios werden. Aber jetzt 45... 45... Schön wenn wir über die Rohre fahren. Jetzt dürfen wir doch tatsächlich noch kurz... 25... Der Gegenzug der wartet schon. Die BR... Ach die... Ja doch... BR 101... BR Class 101. So. Damit man das nicht verwechselt. Wegen British Railway und so. Wir müssen sogar bescheuligen auf... 60 Meils Power. Aber wir müssen natürlich auch bald wieder runter gehen auf 55 Meils Power. Aber wenn es ja nicht so wild ist, da kommen wir nicht mal hin. Dann kommen wir wahrscheinlich gerade mal zu 40 Meils Power. Wäre nämlich recht im Sinne zumindest. Wir müssen einfach weiter... Mit voller Leistung... Wir müssen einfach weiter mit voller Leistung fahren. Weil wir vielleicht auch noch halten müssen. Wegen der... Anderen Class 101, die noch vor uns fährt. Da reißt er schon. So. 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 Wir müssen wieder vorbeirauschen am Bahnhof. Einen Bahnsteig... Okay, mit Feuerbrennung hätten wir nicht unbedingt bremsen müssen, aber gut, lieber zu viel als zu wenig. Hat ja keiner ahnen, dass wir so verdammt gut bremsen mit den voll beladenen Kohlewagen hinten dran. Das Gewicht haben wir eigentlich, wir sind bei 1481 Tonnen, alles klar, noch 167 Yards Länge, das kann man wieder auch Schub geben, wir haben wieder grünes Licht. Das ist halt schon nice, mit den Güterzügen zu fahren, das ist halt wie es ist. Wir müssen doch wieder 60 Meilswärter fahren, ja wir müssen da langsam fahren, wahrscheinlich wegen der, wie gesagt, wegen der Class 101, der British Railway, British Rail Class 101. Dann bestellt man sich gerade ständig die schönen gelb und rot Phasen. Spätestens, wenn wir in der Class 101 sitzen, werden wir die Güterverkehr so benötig aushalten. Wir sind da 4544 Punkten drin, sprich noch around, aber 1300 von der maximalen Punktzahl entfernt. Na, das ist das nächste, ob sie dann wieder rot. Jawoll. Wir dürfen eh nur 50 fahren. So. 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 While wir bessere Leistung, also solange wir ganz gut runter bremsen. Eigentlich müssen wir auf 30 Meilsfahrer runter bremsen, weil die Break Pressure ist halt ja immer noch dann nachgegeben. Der Druck baut sich erst auf und muss dann wieder nachlassen, von daher können wir schon bei 30 miles power wieder runter gehen. Jetzt nutze ich halt noch die Class 101 im Weg. Über Cargo Fleet gibt es hier keine Weiche. Für mich ist das eigentlich ein Gargant für Weichenwechsel, aber gut. 1,3 mile U15 nur noch. Aber durch den Bahnhof wahrscheinlich fahren, deswegen. Oder nachher wechseln wir. Sind wir schon da? Würde zeitlich fast passen, wobei wir haben wahrscheinlich eher gebummelt. Ich schätze nicht, dass wir 60 Minuten für das Szenario brauchen. Ich glaube, wir brauchen länger. Ich glaube, wir kommen jetzt nämlich, wir wechseln gleich das Gleis und kommen dann zum Betriebshof. Na, okay, wir fahren über den Middle Sparrow noch. Aber ein bisschen fahren wir noch, aber wir wechseln noch ein bisschen die Gleise. Das sind aber ordentlich hier. Einmal querbeet. Da muss auch wieder die Class 101 warten. Ich frage mich, ob wir einfach so schlecht fahren, dass die ganze Zeit immer warten muss. Ob das so sein soll. Auf jeden Fall ist es nice. Irgendwie. So, wir sollen über Middle Sparrow fahren, aber bei Middle Sparrow ist ja auch das roter Signal. Das ist natürlich super. Und allzu weit sollten wir es, glaube ich, nicht mehr haben, ne? Sowohl vom zeitlichen Aspekt her als auch von der Strecke. Derب mich mal? Der的 Cll ist toll. So und ich bin? All RIGHT. Ein bisschen wenig Glitter zu verkennen. Ich glaube, wir haben bisher nur die Class 101 gesehen bisher oder Einträchtigkeit. Aber gut, ist halt ein Szenario. Grünes Licht. Wunderbar. Schleunigen wir mal wieder ein bisschen. Am Hafen entlang. Jetzt haben wir die Kirchtürme. Es ist halt schon eine schöne Gegend. Ist etwas gemütlicher das Tempo, wenn man mal das von der Geschwindigkeitsperspektive alles betrachtet. Aber ist auch nicht verkehrt. Muss ja nicht immer Highspeed sein. Highspeed kommt da wieder am Donnerstag. Und dann sollen wir in zweieinhalb Meilen beim Rang Diabano von Ties halten. Ich glaube, wir halten gerade ganz gut das Tempo, wobei wir beschleunigen noch leicht. Schleunigen wir immer noch oder nicht? Das ist die Frage. Wir müssen eh bald wieder runterbremsen. In den letzten 1,4 Meilen wahrscheinlich. Wobei, ne, in einer Meile wahrscheinlich die Geschwindigkeitsbeschränkung wegen eines Weichenwechsels. Aber danach könnte es auch sein, dass wir da mit 10 Meilen weiterfahren. Wer weiß das schon, das ist halt Güter und so, ne. Interessant, dass die Perspektive immer von hinten ist. Nie von vorne. Druck. Druck. 1,5 бат. 3,5 Cub ran die Ike. Denkgrd ε McG imaginern. Was die Jahrh Kadzi machen Korea. Da so eine schöne Vorbeifahren mitzubekommen, wenn man es so von vorne sieht, ist echt ein kleines Stück, hoffentlich nicht geklappt. Bevor wir jetzt noch mehr hier rasen, noch mehr Punkte liegen lassen, wobei, wenn wir wirklich 5.850 Punkte bekommen sollten für die Goldmedaille, haben wir sie erreicht. Was ja schonmal nicht verkehrt ist. Kommen wir jetzt zum Gleiswechsel. Warum kackt das gerade so die Bremsen ab? Ich bremse doch nur und löse die Bremse. Wo ist das Problem? Das wäre kein Problem. Das wäre kein Problem mehr. Okay, muss ich nicht verstehen. Dann fahren wir aber auch zum Rangier Bahnhof. Dann war es das sogar für das Kohle-Schlepper-Szenario. Gut, noch stehen wir nicht. Ah, den Ort kennen wir doch noch von dem einen Tutorial. Ich weiß nicht mehr zu welcher Klasse es war, aber zu irgendeiner. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt aus dem Rangier Bahnhof angenommen. Und das ist das ganze Zeit, schießt das ganze Zeit. Was ist verfassbar? Und jetzt kann er das ganze Zeit. Ich weiß nicht mehr, den Rangier Bahnhof angenommen. Ich weiß nicht mehr, dass man im Rangier Bahnhof angenommen. Aber ich weiß nicht mehr, wozu, dass man sich nicht mehr, dass man sich nicht mehr ist. Und wenn ihr das Ganze nach hinten ist, ist es ein Tor, Name, wir sagen. Jetzt gehe es sehr schön, dass wir uns gealten. Und erinnern uns nicht mehr so schnell haben. Und jetzt geht wheelien. Auch jetzt we fahren. Gewicht aus dem Rangier Bahnhof, Bevor wir wieder ins Hauptmührein oder zurückgeworfen werden, wo wir gefragt werden, gehen wir lieber zurück, gehen wir mal lieber zurück zurück, genau, das hat Sinn ergeben. Eine ganze Meile noch, dass wir dann zum Stehen kommen, dann schauen wir uns nach an unserer Auswertung und machen nochmal einen kleinen Ausblick auf das nächste Szenario auf der Thies Valley Line. Sollte 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 Wir haben ein gelbes Signal, aber das ist ja obviest, dass wir ein rote Signal noch haben, wenn wir zum Stehen kommen. Gold Medaille ist drin, Gold Medaille ist sicher, zum Nachhine haben wir auch abgeschlossen. Aber werden wir abgeschlossen haben, um es mal so zu formulieren, dass so etwas besser passt. Vom Weg her dürfte das ja passen, ne? Ja, das passt. Hab ich auch gewundert, wenn nicht. Also, da wurde die Nutzungskraft. Die Nutzungskraft der Nutzungskraft. Die Nutzungskraft der Nutzungskraft. Sie kniften. dann müssen wir auch diesmal wahrscheinlich nicht mehr rangieren vielleicht müssen wir noch abkoppeln und überhaupt aber ich glaube ich weiß nicht lassen wir uns überraschen lassen wir uns einfach überraschen das hat schon was wie sich der kurz oder lang schlängelt schon heiß ja chill deinen lachs kränkung dir auszupassen und hier stehen auch schon kohleerzüge aber wahrscheinlich nicht beladen oder brauchen wir hinten halten ist das ein wasserturm oder 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 sieht das nur so aus das hier fällt jetzt auch noch raus so weit 496 Punkte bekommen für das Halten und direkt werden wir in die Dingslösung, in die Leistungsüberwaltung, in die Nachbesprechung geworfen. Wir sind in ein Level aufgestiegen, wir sind jetzt Level 29, auf der T30-Line sind wir jetzt Level 6 in der Klasse, 37, 5, R, 11 sind wir Level 5. Wir haben eine Stunde 1 und 21 benötigt für das 60-Minute-Lange-Szenario, wir haben 10,21-Malens zurückgelegt und haben 6.550 Punkte bekommen und eine Kopf-Medaille. Haltegenauigkeit am Ende haben wir ja nur von der T30-Guard 10,3 Yards. Dann schauen wir uns mal an, welches Szenario uns als nächstes auf der T30-Line erwartet. Das nächste Szenario ist dann mit der Class 08, Rangierstahlwerk. 4 von 5 Schwierigkeit, 8.650 Punkte für die Kopf-Medaille. Los ist eine Hilfe in Lacken bei Steelworks. Rangieren Sie Stahlwagen auf die richtigen Nebengleise und bereiten Sie sie für den Frachtbetrieb vor. Sprich, das nächste Szenario hier auf der T30-Line ist dann ein Rangier-Szenario. Genau, gut, ich denke mal, Sommerspezial am Meer ist dann eher so ein Ding, was wir dann relativ im Sommer machen, bevor ich den Sommer rausbringe. Es gibt kein Schnell-Szenario, so wirklich, ne? Interessanterweise. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Train-Same-World-2-Video wieder. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ja, in der Zwischenver captioning.